Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Donkey Kong 64. Ja, beim letzten Mal haben wir eine kleine Insel-Tour gemacht, haben uns alles angeschaut, was wir finden konnten. Und, ich weiß nicht schon. Ich fang an mit dem ersten Level mit rein zu gehen, das heißt wir müssen einfach hier rufen. Und, wir haben allen guten Morgen oder guten Tag, was wir haben. Das ist wieder eine frische Folge, das heißt, wenn ich mich beeile, dass ihr heute mit rauskommt. Weil ich meinen PC da gemacht habe und Gott sei Dank alles noch so geblieben ist, wie es geblieben ist. Da bin ich sehr froh drüber. Sämtliche Speicherstände, alles ist noch vorhanden. Das ist total gut. So, und ich wollte halt mit jedem einmal das komplette Level noch durchspielen. Ich werde mir alles anschauen, was sich neu ergibt hier, was noch findbar ist. Wo wir noch ein bisschen abgräben können. Und dann so nach und nach das Projekt auch zu dem Ende zu bringen. Das macht immer noch sehr viel Spaß, muss ich dazu sagen. Auch wenn es sich zieht, müssen wir dazu sagen. Aber das ist ja nun mal bei sowas. Hier, das ist ein Faust. Genau, das haben wir schon. Hier noch was. Der war schon sauber. Das war schön, mir wieder. Komm her. Zack. So. Ähm, da haben wir keine mehr. Ich weiß, glaube ich, dass es irgendwo links lang ging. Und auf jeden Fall hier in der Mitte ist noch ein Stein. Äh, den wir einnehmen könnten. Und ein paar Bananen. Da haben wir es doch. Das sollen wir doch hier gerne alle sein. Schau mal. Hier ist 80 Bananen. Oh, komm. Können wir das mit dem Ixchen machen? Können wir hier ein bisschen krach machen? Äh, der bricht das da, oder? Und nochmal. Ein geheims Level. Ach, guck mal da. Ah, guck mal, hier kann man den anderen nur noch lang. Oh mein Gott. Ich hätte hier in Viertlichen einstellen müssen, weil, ähm, ich soll, wie gesagt, mein PC neu machen, alles neu runterladen. Und wir dann natürlich alles neu einstellen, was alles sämtlich ist, was fehlt. Wie gesagt, das Wichtigste ist der Speicherstand. So, ob es jetzt ein bisschen... Ah, schau mal ihn an. Okay, wir holen uns natürlich erst die Bananen. Ich will hoffen, dass die Folgen halt nicht so kurz sind. Ähm, 10 Minuten finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Die kann man sich so morgens einmal so beim Brötchen, beim Frühstücken, beim Kaffee... Und der Kaffee braucht etwas weniger Zeit, auch an... Aber ich sag mal so, so eine Kaffee ist ja von so einer Frühstücksfolge, ist es auf jeden Fall, finde ich immer. Aber dafür sind sie eigentlich auch geschafft. Dankeschön. Und da möchte ich auch mal bleiben, wie gesagt. 10, 15 Minuten, finde ich. Ganz okay. Hey. Hey. Äh, wir können nicht auch schreien. Ah, okay. Z. Beziehungsweise bei mir mit... Ja, zwei. Bup, bup, bup. Jetzt kommt mal wieder aus dem... Schnelllaboritierhaus. Später sind wieder die Fläser-Mäuse. Nein, die können ja eh nix. Also mit Tiny können wir noch mal drei Münzen abgraben. Müssen wir mal schauen, ob ich die brauche, aber ich glaube, ich bin durch mit. Lohnt sich auf jeden Fall, alles mitzunehmen. Auch nochmal durchzuschicken, ob alles vorhanden ist, ob wir alle Bilder haben. Aber das glaube ich schon mal eher, dass wir alle Bilder haben. So, was mache ich mit ihm denn hier? Ah, ich schau mal eine an da oben. Okay, das kann ich noch nicht. Wir können jetzt alle erwähnen, das ist ein riesengroß. Okay, das ist ein riesengroß, das ist ein riesengroß. Okay, das papier oder so, das hört sich zu viele ruhig, dass die K stemme. Das ist ein riesengroß. Gut, ob die B Indeed geholfen ist, diese Tod machen funktioniert aber nicht die konventionelle healthier. Okay, to slow press B and to change the lines, use... Okay, okay, okay. Ja, klar nochmal. Dylan-D-D-D-D-D... Oh, das ist nicht nur der Bonus-Stage. Mike of Mayhem. Mayfn oder Mayhem ist das glaube ich. Mh... Oja... Ach, jetzt muss ich doch nicht kurz drücken oder muss ich nicht drücken? Ah das ist dumm Oh mein Gott, ich weiß gar nicht Wie gesagt, ob ich hoch und runter rein oder raus mache, muss es keiner Also mal gucken, ich muss jetzt verernst, wenn ich mal versuchen noch Weil das ist die Beschreibung, so blöd das denn Also jetzt zeigt er hoch und runter an Aber ob ich jetzt runter oder hoch machen muss, ist mit Frage gestellt Aber das muss ich zum Beispiel nicht machen Ich prob jetzt aus Ah ne, komm, wir lassen das nicht Die Folge ist ja eh fast zu Ende, jetzt probieren wir das mal Oh, vielleicht muss ich, weil ich hab jetzt auch angepasst Das müssen wir ja links und rechts machen Naja Was muss ich denn hier drücken? Das ist blöd Das ist dumm Das ist dumm Aktiv Was man nicht sagt, dass du hier den Falltasten Ich weiß nicht, ob jemand da und da hat Mal press the change the lines Use Okay, ja mach ich da Das ist dumm Aktiv Oh ich hab doch gedrückt Ah Ich hab's schattbar Ich hab's not Die Tadele 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 doch kommt ich habe doch ich habe es doch ich mache kurz